Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Happy Wheels und beim nächsten Mal werden wir uns endlich mal wieder um eure Levels kümmern, aber heute nehmen wir welche aus dem Internet. So, schauen wir doch mal, was wir hier so Schönes haben. Movie Glitch, Don't Even... Ach, okay, Don't Even Move ist wieder eine Don't Move. Ja, ist eigentlich nicht so mein Favorite, aber können wir einfach mal machen, dann habe ich mal ein bisschen Zeit wieder auf meinem Schreibtisch zu gucken, was ich hier so rumliegen habe. Ich habe relativ viel Müll. Stimmt, ich hatte ja... Ich weiß gar nicht, ob ich das im Happy Wheels Part oder Minecraft Part erzählt habe, dass es in der Uni so eine Tüte gab mit ganz vielen Werbegeschenken. Und dann gab es auch The Red Edition von... Ist von Red Bull, oder? Ja, doch, sieht so aus. Und war eigentlich ganz lecker. Ich glaube, Cranberry-Geschmack. Mal wieder ein bisschen Schleichwerbung. Und für den Preis kann ich es nichtsdestotrotz nicht empfehlen. So, was habe ich noch? Stimmt! Hier, Frio, nennt sich das. Kalte Aufriesen, das ist so ein Tee. War einfach mal sinnlose Produktwerbung hier. Aber ich kann ja einfach mal meine Meinung dazu sagen. Ich meine, wir haben sowieso nichts Besseres zu tun, obwohl ich hoffe mal, dass das Level gleich vorbei ist. Ähm, ja, sozusagen so ein kalter Tee, obwohl ich... Da ist der Victory Strike. Ähm, sagen muss, dass mir das Ganze viel zu süß war. Da muss auch irgendein scheiß Süßstoff oder so drin sein. Und davon bin ich auf gar keinen Fall ein Fan. So, da ist schon wieder Super Real Glitch. This is Happy Wheels. 99% Impossible Jets. Was ist denn da los in der Happy Wheels Welt? Nur so komische Wall of Snap Glitch Level. Und ich muss mal hier ganz kurz meinen Sound ein wenig leiser machen. Bzw. Warte mal, wir leben immer noch. Alter, das ist laut. Was ist denn da los? So, egal. Nein. Okay, wir müssen einfach nur... Okay, das wird nichts. Komm, schau! Ich habe auch immer noch nicht ganz herausgefunden, was der Trick bei diesen Jetpods ist. Wahrscheinlich einfach nur Glück. Oh, oh, yeah. Jawoll! Wurzinger! So, weiter geht's. Porsche 911 Race. Schauen wir uns doch mal den schönen Porsche an. Ähm, geht's los? Hä? Moment, Anni, die Ampel ist noch auf. Ah, jetzt geht's gleich los. Wieso drehen sich bei dem anderen die Reifen viel schneller? Haben wir den Turbo? Ne. Aber, oh, wir ziehen sowas von davon. Und ich persönlich muss auch sagen, dass der Porsche 911 mein Traumauto ist. Ähm, aber auch die Version, die, ähm, bei Californication, so eine Serie, ähm, da hat Hank so einen alten 911er gefahren. Die Carpio, ziemlich, ziemlich geiles Auto. Aber auch schweineteuer. Ich will nicht wissen, wie viel so ein Auto im guterhaltenden Zustand kostet. So, egal, so, weiter geht's. Death, das klingt eh sehr, sehr viel versprechend. Gay, Noob, warte mal, was war das? Gamebeaten? Let's go, go. Oh, nein, nein, nein. Die Volk hat sein, kann man da eigentlich versperren? Scheinbar nicht. Victory! So, egal, für die Banane. So, Weapon Throw Show. Nnennennennen. Oh, yeah. Ich sollte vielleicht mehr Geräusche darüber machen, und dann kennen wir die Leute auch. Oh, yeah. Und jetzt nur noch der Letzte. Oh, okay, jetzt haben wir ihn gekillt. Ach so, kill the contestants as quick as you can. Oh, ja, nein, nein, oh, no. Moment. Okay, hier ist es gut, wir können ja... Na, okay, egal, okay, jetzt as quick as you can. Okay, so, 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 nein, Moment, oh, sorry, Lady. Oh, die haben wir, glaube ich, gerade irgendwie weggeschossen. So, kommt schon, ich weiß schon, wie soll ich Talk Throw? Wo ist denn hier der Victory? Die wurden noch alle, alle eliminiert. Oh, den treffen wir auch noch. Wo ist mein Victory? Wo ist... Dafür kann ich einfach... Kein, kein positives Resümee ziehen. So, Slender vs. Minecraft, Toilet Race, das hört sich awesome an, Toilet Race. Oh, yeah, ach, nein, Moment. Wir müssen uns an unserer Toilette wahrscheinlich festecken. Oh, yeah. Los geht's, Toilette. Oh, yeah. Oh, yeah. Okay, auf mein Neues. Go, Go, Toilette. Den, 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 den. Wir leben immer noch. Yes, hope you liked it. Ja, das war ein awesome Level. So, no name. Weiter geht's. Wir haben hier nie Frequenz. Die ist unglaublich. Ne, so unglaublich ist die Frequenz an Level 7 heute gespielt. Oh, 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 holy macaroni. Ja, das war irgendwie nicht so gut. Egal, auf mein Neues. Das war abzusehen. Da habe ich mich ein bisschen verschätzt. So, Moment, jetzt nicht wieder so. Nein, nein, komm schon. So, nein, nein. Wir müssen es einfach nur darüber schaffen. Also, da hoch. Nicht unbedingt zu den Apuren. Was passiert, wenn wir hier runterfallen? Hm, das sieht auch gar nicht so schlecht aus hier unten, oder? Nur, oder? Nein, 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 komm schon. Richte dich auf. Holy macaroni. Holy... Woah, 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 woah. Chillaxe. Und der Victory. War das der dritte Victory nacheinander? Ich weiß es gar nicht. JB Milchshake Maker. Kill your boss. Hammer Dodger. Das hört sich gut an. What? Ähm, okay. Nein. Okay, kein Problem. Wir springen einfach hier oben hoch. Komm schon. Nein, nein. Oh. Hä? Warte mal. Kann man davon nicht getötet werden? Der dodgt einen wirklich... Immer nur so runter. Warte mal. Stimmt, wir machen das einfach so. Und jetzt. Okay, das hat nicht so gut funktioniert. Warte mal. Genau so. Und jetzt nach vorne. Nein. Komm schon. Fast. Nein. Nein. Okay. Moment, Moment mal. Nein, oder? Doch, das könnte was werden. Jawohl. So, nach vorne, nach vorne, nach vorne. Warte. Oh. So, jetzt aber. Komm schon. Nein, 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 nein. Ah, ähm. Oh, warte, jetzt. Jawohl, jetzt hat es funktioniert. So, Moment. So, angetäuschte Schlangentechnik. Und dann der Sprung nach vorne. Komm schon, das muss reichen. Jawohl. Okay, da muss ich sagen, ziemlich simples Level, aber ziemlich, ziemlich nice. Crash Bandicoot Pogo. Oh, Crash Bandicoot habe ich früher auch richtig, richtig gerne gespielt. Früher auf der Playstation. War, glaube ich, eins der ersten Spiele, die für die normale Playstation rausgekommen sind. So, was muss ich ja jetzt hier machen. Hä? Ich komme da oben nicht hoch. Oh. Äh, was für ein Fail. No, da, ich, ich, ach so, ach, da geht's längs. Ja, das muss mir jemand sagen. Ich habe das irgendwie als, als komplettes Level gesehen. Also, als Absperrung. Ah, jetzt weiß ich, ah, nein, nein, Moment, 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 nein. Oh, und jetzt fallen wir wieder runter. Das ist natürlich ziemlich ärgerlich. Oh, jetzt, Kollege, hallo. So, das gibt's für mich. Genau. So. Und zurück. Jetzt. So, auf, ein neues, so. Das funktioniert auch wieder nicht, warte mal. Ich muss ein bisschen weiter zurück. So, und jetzt. Perfekt. So, jetzt einfach nur nach vorne. Oh, oh, das könnte was werden. Komm schon. Wieder zurück. Und. Easy peasy nach vorne. Und, warte mal, noch mal kurz. Nein, 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 nein. Oh, yeah. Okay. Tut der uns irgendwas? Ich baue einfach mal da drauf, dass es nicht der Fall sein wird. Oh, yeah. Jawohl. Und spektakulär. Aber ich muss sagen, das Level war ziemlich nice gestaltet. Das muss man einfach mal so festhalten. Rojo Assassin. Oder Assassin. Ähm. Ich kann das mal wieder nicht lesen. Und mittlerweile habe ich wirklich das Gefühl, dieser Rojo. Irgendein polnischer YouTuber oder so. Müsste man eigentlich mal bei YouTube eingeben. Wäre auf jeden Fall aber ziemlich interessant. Ach so, wie das letzte K... Okay, ganz cool. Alles im grünen Bereich. So. Ja, genau. Slow, zerdreff. Oh, what? Wieso komme ich da mal mit dem Kopf dran? Völlig, völlig. Äh, so slow. Passiert jetzt hier irgendwas? Okay, scheinbar nicht. Sonst einfach nur ein bisschen langsamer. Genau, okay. Wir haben ihn demaskiert. Und der arme Typ hängt da auf. Oh. Boss. Ja. Da wäre die polnische Fremdsprache auf jeden Fall gut gewesen. So veränderte ich mal Polnisch. Das ist ja auch Russisch oder... Keine Ahnung was sein. Da gibt es ja sicherlich auch viele Unterkategorien in den osteuropäischen Sparen. Gehe ich mal zumindest von aus. So, komm schon. Oh Gott! So, was passiert jetzt? Nennen, nennen, nennen. Nennen, nennen, nennen. Wieso? Jetzt muss ich... Wieso komme ich hier nicht hoch? Okay, einfach wieder zurück. Und wieder Gas gehen. Komm schon. Komm schon. Das kann doch nicht wahr sein. Ne, aber. Komm schon. Oh, wir sind so ein Gipfel, Stimme. So, was passiert jetzt? Und nein, 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 nicht der, nicht der, oh yeah. Oh, das könnte ein Victory werden. Das könnte ein Victory werden. Und das wird der lang erwartete Victory. So, Pogo, Pogo Español. Kling, ziemlich nice. Torrente, jetzt wäre es natürlich auch wieder nice, irgendwas davon zu verstehen. Könnt ihr mir ja gerne mal ein paar Sachen davon übersetzen, sofern ihr der Spanischen... Brache mächtig seid. Ey, das gibt's doch nicht. Das ist doch so ein... Dishis. Komm schon. Jetzt aber. Oh, bonkers. Okay. Bebe. Ich weiß nicht, was Bebe heißt. Es ist awesome. Ich meine, nach Ninja, Bebe. Ey, und ich höre die ganze Zeit im Hintergrund schon seit lockerer Minute mein Telefon. Ich weiß nicht, ob das mit auf der Aufnahme ist. Es ist einfach nur tierisch nervig. Ich verstehe das auch nicht, dass manche Leute das Telefon 90 Minuten lang, gefühlte 90 Minuten lang, äh, klingeln lassen. Einfach völlig korrupt. Jawohl, und das ist der Victory. So, und, ähm, ich werde jetzt einfach mal den Part vor... Komm, wir haben 12 Minuten geschafft. Ob nun, äh, die letzten 3 Minuten, da müssen wir jetzt einfach mal... Alter, äh, die Person lässt immer noch klingeln. Das kann einfach nicht angehen. Ich habe leider auch keine Mailbox oder so im, ähm, Festnetz. Nun gut, ich bin gerade völlig verwirrt. Egal, ich werde da jetzt gleich rangehen oder auch einfach gucken, wer denn da angerufen hat. Vielleicht ist es ja auch extrem wichtig, man weiß es ja nicht. Und, äh, ja, ich wünsche euch allen noch einen angenehmen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Was weißen vermaier demonstrating to noch mehr? 보� worker開 FBI- Murmuter. ich bin communityiker.